Salzburg hat den nächsten Matchball in der Champions League, Manchester United ist auf Trainersuche und Lara Gut-Bechram ist Impftrick. Das sind ihre Themen und damit herzlich willkommen aus dem KRONE TV Sportstudio. Und wir starten in der Königsklasse des Fußballs, denn in der Champions League heißt es vor allem heute Daumen drücken. Der FC Salzburg könnte nämlich mit der vorzeitigen Qualifikation für das Achtelfinale Geschichte schreiben. Ende September konnten die Bullen bereits das Hinspiel zu Hause gegen Lille mit 2 zu 1 gewinnen. Trainer Matthias Jeißle weiß aber, dass der Gegner schwer einzuschätzen ist. In der Liga haben sie jetzt immer wieder auch mal Phasen gehabt, wo sie nicht ganz so überzeugt haben, aber man hat speziell jetzt auf internationalem Niveau gesehen, dass sie einfach das Zeug haben, ganz oben mitzuspielen und demzufolge sind wir gut vorbereitet. Ich glaube, nicht nur das Umschaltspiel zeichnet Lille aus, sondern sie haben auch mit Ball richtig gute Prinzipien, die man so sehen kann. Bestückt sind die Franzosen auch mit Weltklassespielern wie dem türkischen Nationalspieler Burak Yilmaz oder auch dem portugiesischen Europameister von 2016 Renato Sanchez. Die Generalprobe ist bei beiden Teams nicht nach Wunsch verlaufen. Lille kommt auswärts in Monaco nicht über ein 2 zu 2 Remis hinaus, aber auch die Mozartstädter müssen sich mit einem torlosen Unentschieden zufrieden geben. Im Parallelspiel empfängt der FC Sevilla den VfL Wolfsburg. Am vorletzten Spieltag haben übrigens alle Teams noch die Chance aufzusteigen. Im KRONE RT Leiftiger können sie das Geschehen heute Abend mitverfolgen. Nach der Entlassung von Ole Gunnar Solscher als Coach von Manchester United brodelt die Gerüchteküche, wer sein Nachfolger werden wird. Bei den Red Devils hätte man gerne den mehrfachen Champions-League-Sieger Sinedine Zidane als Übungsleiter. Der Franzose zeigt aktuell aber wenig Interesse am Job. Viel wahrscheinlicher ist es aktuell, dass Maurizio Pochettino vom Prinzenpark in Solch-Refford wechselt. In der Stadt der Liebe scheint der Argentinier nicht zufrieden zu sein und er hätte als Trainer und Manager mehr Spielraum in Manchester. Neben diesen beiden Kandidaten kursieren auch die Namen von Leicester-Trainer Brandon Rogers und Ajax-Übungsleiter Eric Ten Hag. Bei Rogers wurde laut der Sun auch schon nachgefragt. Manchester soll bereit sein, rund 9,5 Millionen Euro zu zahlen. Problem, der Nordirre war einige Jahre beim Erz-Rivalen aus Liverpool unter Vertrag. Der Niederländer Ten Hag soll bei den Fans hoch im Kurs stehen. Er selbst will nichts von einem möglichen Engagement im Norden Englands gehört haben. Vom Fußball zum Basketball. In der NBA haben die San Antonio Spurs und Jakob Pöltl weiterhin wenig zu lachen. Trotz einer engagierten Leistung können die Texaner nicht den Erfolgslauf der Phoenix Suns stoppen. Die Gäste aus Arizona feiern mit 115 zu 111 den 13. Saisonsieg in Serie. Für die Hausherren war es hingegen die fünfte Pleite in Folge. Jakob Pöltl selbst hat sein zweites Spiel nach der Entlassung aus dem Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll der Liga bestritten. Auch dünn schrammt er mit 15 Punkten und neun Rebounds am Double-Double vorbei. Immerhin kommt er aber zu mehr als 31 Minuten Spielzeit und übertrifft die Marke von 1500 erzielten Punkten und hält jetzt insgesamt bei 1502. Nach 16 Saisonspielen haben die Spurs nur vier Siege auf dem Konto. Allerdings warten drei weitere Heimspiele. Am Mittwoch geht es gegen die Atlanta Hawks, freitags gastieren die Boston Celtics und am kommenden Montag bekommen es die Texaner mit den Washington Wizards zu tun. Abschließend kommen wir noch zum alpinen Skisport, denn am kommenden Wochenende starten die ersten Übersee-Wettbewerbe. Die Herren machen zunächst in Lake Louise, die Frauen in Killington Halt. Und bei den Damen, da sorgt dabei eine Top-Athletin für Aufsehen, Lagergut Bechrami. Sie soll nämlich einen Impftrick angewandt haben, um an den Rennen in Amerika teilzunehmen. Erst Mitte Oktober hat die Schweizerin den ersten Stich erhalten und eigentlich wäre auch das erste Jaukel zu spät verabreicht worden, wenn sie die Wartezeit zur zweiten Impfung nicht von vier auf zwei Wochen verkürzt hätte. Denn in den Vereinigten Staaten darf man nur einreisen, wenn der Zweitstich mindestens zwei Wochen zurückliegt. Gut selbst oder der Verband haben sich bis dato noch nicht geäußert. Am Samstag wissen wir dann, ob sie beim Riesentorlauf an den Start gehen wird. Weitere Infos zum bevorstehenden Ski-Wochenende erhalten sie am Donnerstag ab 19.40 Uhr in Steilhang. Das Ski-Magazin mit meiner Kollegin Michaela Mayer. Das waren auch schon wieder die wichtigsten Sportnachrichten des heutigen Tages. Ab 21 Uhr sind Sie wie gesagt im KRONE-AT-Live-Ticker mit dabei, wenn die Salzburger hoffentlich Geschichte schreiben in der Königsklasse. Bis morgen.